Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder Jesse und ja es ist wieder mal soweit, die Stardar-Skillungen sind am Start. Das bedeutet also, welche Klasse fängt mit welchem Set in Season 19 an? Wir beginnen direkt mit dem Totenbeschwörer, wir haben ja den Barb und den Dämonenjäger schon vorgestellt. Beim Totenbeschwörer wird sich in Season 19 nichts ändern, ich fall da direkt mit der Tür ins Haus oder wie da der Spruch geht. Also keine neuen Sets, keine neuen Items, der kommt erst zu einer späteren Season ran und das Stardar-Set ist hier bei Ratma. Das bedeutet also, wir bauen uns einen Ratma-Nekro mit den Skelett-Magiern, welche natürlich über das Set geboostet werden und welche dann für uns alles töten sollen. Mal vorweg, ist nicht die leichteste Stardar-Skillung, ist nicht die schnellste Stardar-Skillung, aber sobald ihr halt über ein bisschen Gier verfügt, lässt sich das Ganze auch wunderbar spielen. Also wir werden das Ganze natürlich so anlegen und umbauen, dass man auf maximalen CDR geht. Ihr kennt ja das bei dem Totenbeschwörer, je mehr CDR ihr habt, umso öfter ist Land der Toten und eure Fähigkeiten aktiv. Und dementsprechend habt ihr natürlich einen farmtechnischen guten Vorteil. Die Paragon-Punkte sind wieder komplett raus, wäre auch ein bisschen krass, das Stardar-Set mit den 4000 Plus Paragon zu starten. Also Paragon-Punkte sind raus, wir haben auch die Sockel rausgenommen, aber das möchte ich nicht unterschlagen. Der Zonder-Boy hat natürlich schon sehr, sehr starkes Gier. Der Name ist auch Programm hier, Not Again. Das Gier ist sehr stark, aber es ist ja auch nur, um die Skillung vorzustellen und zu zeigen, es funktioniert natürlich auch mit weniger. Das Gier gehen wir im Detail gleich nochmal durch. Also nur zur Erinnerung, weil das war auch eine gute Anmerkung aus der Community, die Stardar-Skillungen komplett ohne Paragon zu spielen. Und auch ansonsten noch zusätzlich weiter abzuschwächen, wenn man gutes Gier hat. Also wir nehmen dann eben Edelsteine noch zusätzlich raus und, und, und. Damit man eben ziemlich genau das hin simuliert, wie es dann zum Start ist. Ganz genau geht es eh nicht, weil wir haben zum Beispiel hier von Season 19 das Season-Thema nicht dabei. Das Season-Thema wird euch natürlich beim Totenbeschwörer auch super gut unterstützen. Weil da gibt es ja teilweise das Problem, wir haben jetzt unsere Skelett-Magie alle aktiv, aber es fehlen gerade 2-3 Prozent, dass das Ganze refreshed wird. Oder es sterben gerade mal ein paar. Oder wir gehen in den Proc, also erhalten einen guten Hit, Brocken, die Skelett-Magie verschwinden. Wir müssen das Ganze neu aufbauen. Und da unterstützt uns dann natürlich das Season 19-Thema, weil das nochmal zusätzlichen Schaden mitbringt. Und damit natürlich, dass besonders am Anfang, wenn noch Gier gefarmt werden muss und so weiter, das Ganze gut unterstützt. Vom Speed her, ihr seht schon, das läuft natürlich super. Rein farmtechnisch hatte man auch die Möglichkeit, damit halt loszufarmen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Lon-Radmas wieder zum XP-Farmen verwendet werden. Also für die, die die Season effektiv nutzen möchten und auch ein hohes Paragon in der Season holen möchten, die sind sowieso mehr oder weniger gezwungen, hier den Totenbeschwörer dann in der Lon- und Radma-Variante zu spielen. Also jetzt spielen wir es ja mit dem Starter-Set, aber ihr farmt halt schon die Items dann für später, um dann hier diese guten Radma-Runs zu fahren. Es gibt Gerüchte, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, es gibt Gerüchte, dass es die letzte Season für den Totenbeschwörer sein wird für das XP-Farm-Meta. Also dieses ganze Radma-Gefarme soll sich wohl dem Ende nähern. Da rede ich nur weiter, dass es sowas so in den Kreisen gemunkelt wird. Wir lassen uns da einfach mal überraschen und warten es ab. Nur als Information, hier zum Starten und anschließend dann für die Meta-Farm-Kombo ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn man jetzt mal zurück auf das Starter-Set geht, gibt es was Bestimmtes zu beachten? Ja, gibt es. Ihr habt sehr wenig Zähigkeit, besonders am Anfang mit dem Logi und dem Paragon. Lasst euch nicht treffen. Also positioniert euch immer ein bisschen so nach hinten, immer etwas außerhalb der Reichweite der Gegner. Ansonsten ist nämlich ziemlich schnell Ende-Gelände. Das ist der kleine Tipp. Jetzt schauen wir mal, was wir in Kanais-Würfel haben. Hier die Zweihandwaffe, was für gedötete Gegner den Cooldown runter senkt. Also je mehr Gegner, da müssen wir nicht nur Elite jagen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, mit mehr Gegnern das runterzusetzen. Die Schuhe, die dafür sorgen, dass wir mehr Movement-Speed haben. Und dann natürlich den Prunkring, weil ihr seht schon, wir haben nur 5 Set-Teile an. Und das sechste Set-Teile nutzen wir die Brustplatte, weil die Brustplatte sorgt dafür, dass wir das Ressourcenmanagement besser hinkriegen. Also jetzt kommt natürlich gleich mal der Aufschreiber. Jetzt heißt es so, Moment mal, hat der im Starter-Set eine Primal-Waffe? Ist denn der komplett bescheuert? Haben wir. Wir können natürlich, wir machen ja immer wieder mit jeder Season, aktualisieren und updaten wir die Guides, damit die halt immer up-to-date sind. Und teilweise, weil wir halt dann viel spielen, kommt auch gutes Gear zusammen. Ihr seht das auch von den aufgewerteten Sachen her. Das war auch das, was ich eingehend gemeint habe. Es ist jetzt von dem, obwohl wir null Paragon haben, die ganzen In-Steine und so weiter entfernt haben, teilweise auch ohne legendäre Edelsteine spielen. Jetzt haben wir hier halt noch ein paar dabei, aber auch ohne. Wir versuchen halt, so gut es geht, die Klasse runterzudrücken, um das zu zeigen. Wenn ihr das jetzt selbst live spielt, ihr werdet es sehen, wenn ihr die richtigen, also die gleichen Talente, jetzt nicht in Uralt und nicht aufgewertet, aber mit den gleichen Talenten funktioniert das genauso zum Farmen. Der Hinweis, dass der Totenbeschwörer unter die ersten 800 Paragon ein bisschen nervig ist, den gebe ich jede Season. Es fehlt einfach mir ein CDR. Sobald dann das Gear zusammen ist, dann gibt es eben diesen Knackpunkt und dann läuft die Klasse. Und später mal in diesem Rathma-Setup läuft sie sowieso. Aber ich werde euch das fertige Rathma-Setup, Lon Rathma, nochmal verlinken. Für die, die vielleicht noch nie Rathma gespielt haben, um hier noch eine Season spielen zu können. Ja Freunde, das war es. Wie immer, wenn es Fragen gibt, habt ihr mit in die Kommentare. Und ansonsten viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.